Hey und hoh, äh, ich bin zurück mit frischem Elan im neuen Jahr, ähm, Winterpause ist vorbei und es geht schön weiter mit Wir Spielen Minecraft. Bin hier auch schon ein wenig gesprengt worden vorhin, das könnte ich ja direkt auf, ah, ich hab auch so Erde dabei, äh, ich muss mich wieder mal ein bisschen warm spielen. Äh, hab ich jetzt ja wirklich, äh, eine recht schöne Pause gemacht, äh, über Weihnachten, Neujahr und, äh, muss jetzt erstmal mich selber wieder umsehen, was ich hier noch so gemacht hab, in den letzten Folgen und auch danach, äh, hab ich noch ein bisschen weiter gespielt, äh, da werden wir mal nachher noch ein bisschen gucken, was ich da gemacht hab, keine Ahnung. Ich muss mich auf jeden Fall jetzt erstmal, ach, und das sollten wir hier, das Tannenbaumartige Weihnachtsrelikt, äh, auch mal irgendwie beseitigen, das ist ja nun wirklich vorbei. Man ist ja auch immer wirklich froh, äh, wenn es dann auch irgendwann wieder vorbei ist, mit dem ganzen, mit der ganzen Feierei. So, machen wir das auch mal richtig schön, so ökologisch, recycelt, kling, kling, das ganze Laub mal mit, brauche ich eh immer, ne, mit der, mit den Hecken. Ne Axt hab ich auch dabei, ach, ach, das geht ja wieder richtig toll los, ich bin ja so richtig durchgeplant, also, meine Güte, wird's denn bloß los? So, halt, nicht so weit runter, dann, hab ich wieder Probleme raufzukommen. Ach, das geht doch nicht immer noch schön. Ja, das mach ich immer total gerne, durch dieses Laubflügen. So. Äh, ja, viele von euch denken jetzt vielleicht, jetzt hab ich ganz viele Ideen, was ich jetzt noch bauen könnte, mal, äh, wenn's jetzt hier so weitergeht, äh, ne, hab ich überhaupt nicht, hab mir gar keine Gedanken gemacht. Und ich lass das einfach mal so kommen. So, was haben wir denn noch hier, diese grüne Wolle, ist ja auch schön, ne, weiß ich noch, das war doch, das war doch, äh, irgendwie so eine Riesenaktion, das mal hier alles zu organisieren. Rote Wolle haben wir auch, ja, fein. So, jetzt werde ich das hier erstmal wieder alles schön zurechtrücken, damit uns das hier nicht im Weg rumsteht. So. Noch die Fackel mitnehmen. Äh, ja, Minecraft 1.1 ist es jetzt hier, was ich jetzt hier spiele, gerade aufgespielt und, äh, oh, da muss ich auch noch hier nochmal die. Ah, ja, da komm ich aber noch gut ran, kein Problem. So. Ihr seht auch, ich hab da ein neues Texture Pack, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das hier verwende, das ist ein neues Texture Pack von mir, ein 32er HD, also, sagt man ja so, ne. Ähm, ist noch, äh, ist noch nicht fertig, ist noch ein bisschen Fummelei zu tun und daher ist es auch noch nicht, äh, veröffentlicht, also, äh, und wie gehabt ignoriere ich alle Anfragen zu diesem Thema, ähm, weil es wird erscheinen, wenn es denn soweit ist, gar kein Problem, ne. Es ist schon fast fertig. Und guckt euch das mal hier bitte an, ja. Von wegen hier Bonanza und all, ne, herrlich. Ja, jetzt würde ich mal sagen, wir sollten uns mal ein paar Steaks besorgen. Vor allem auch, weil einem ja dieses Gehupe und Getute von den Kühen ordentlich auf den Keks geht. So, diese Gruppe hier, die werde ich jetzt erstmal erledigen. Hohohohohoho. Oh. Ne, dann hole ich mir mal eben ein neues Schwert. Eilt ja nicht, eilt ja nicht. Hier lauft mir ja nicht weg, sofern ich denn wieder mal das Tor hinter mir zumache. Irre, ne. Auch die Schafe, ach, die könnte ich mal eben scheren. Und dann wieder ganz viele umbringen. Und von vorne. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Geht weg. Ja, hab ich auch ein bisschen versucht, die so ein bisschen wilder und böser aussehen zu lassen. Die Schafe, die gucken einen jetzt so mit so komischen, leberkranken Augen an. Sehen so ein bisschen fies aus, so, ne. So, äh, ja. Gut. Haben wir einen alle? Jetzt hab ich... Ne, da ist noch eins. Ach so, warte mal, die Wolle wächst ja nach. Ja, 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 stimmt. Och, das ist ja genial. Das ist ja genial. Ach, guck mal, das geht doch so schnell auch. Und ich... Ich schere hier und ich denke mir, wie viele Schafe hab ich denn? Das nimmt gar kein Ende mehr. Boah, ist ja irre. Ja, dann brauchen wir ja auch gar nicht so viele Schafe, ne. Auch wegen dem Lärm vor allem, ne. Wie viele hab ich denn überhaupt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf. Ich sag mal, wenn wir so sechs Schafe haben, reicht das doch auch, ne. Oh, wie cool ist das denn? Guck mal, das geht hier so richtig... Obwohl, die lass ich einfach so. Haben wir umso mehr Wolle. Was soll das? Warum soll ich die umbringen? Vielleicht können die mal später umziehen nach weiter hinten, damit die nicht die ganze Zeit so Lärm machen. Aber wie die Kühe, ne. Ach ja, Kühe. Da war ja noch was. Ein Schwert. Habe ich noch eins? Ja, ich hab noch eins. Ja, nächstes Problem. Wo räume ich denn nochmal immer meine Sachen hin? Äh, hier kommt Essen rein. Da kommt Naturzeugs, ne. Guck mal, da könnten wir zum Beispiel auch, äh, schon mal die Wolle wieder reintun. Die grüne und die rote hat keinen Platz. Ja gut, dann müssen wir hier nochmal weiter gucken. Äh, Kellerräume, ne. Habe ich auch noch nicht so richtig... Manche sagten, ich sollte da eine Pilzzucht reinbauen. Andere... Hatten andere Ideen und keine Ahnung. Ich muss da selber mal gucken. Ich weiß nicht im Moment, was ich hier noch so mache. Also Lagerräume braucht man ja noch so viele. Vor allem, ich hab unten in unserer Höhle... Ihr erinnert euch ja sicher, wir hatten ja so eine tolle Höhle. Die haben wir immer noch. Ihr kennt ja auch das Land inzwischen. Ich hab euch ja den Seed schon gegeben. Ähm, Riesenhöhlensystem, Minen und alle. Schlucht und, ne. Da kann man... Da hab ich auch ein bisschen weiter gemacht. Ordentlich viel... Ja, so Material inzwischen und Ressourcen gesammelt. So, ich pack das jetzt einfach hier mal wild. So völlig unorganisiert in die Kiste rein. So gleich mal ein bisschen braten. Boah, da hab ich schon da fast alle Wolle und Schwarz und alles. Ha! Hammer! Äh, geht's hier nicht rein? Doch, doch, das müsste doch hier reingehen. So, rechte Maustaste. Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht so richtig warm gespielt. Aber gerade das... Dann ist es ja besonders schön, ne. Wenn ich hier mal... Oing, oing. Noch nicht so richtig perfekt klarkomme, wie sonst immer, ne. Bin ich ja bekannt für, dass ich absolut perfekt immer spiele. Alles immer sofort kapiere. Ha! Nein, das bin ich natürlich nicht, weil es wäre super langweilig. So zwei lasse ich jetzt natürlich stehen, ne. Damit wir die... Ach, das machen wir ja auch direkt mal. So, dann hab ich ja auch ganz viel. Hier, einmal Liebe und nochmal Liebe. Macht zweimal Liebe. Und... Nach wildem Getriebe noch eine kleine Kuh. Ja. So. 19 Steaks. Ha! 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 Ja, sehr schön. Die kommen aber jetzt mal sofort hier rein. In den Ofen. Ach, guck mal. Da sind ja auch noch nette Sachen drin. Können wir irgendwas verfeuern hier? Was billiges? Ja, nicht so wirklich, ne. Das brauchen wir noch alles. Ach, könnte mir ja auch mal eine Rüstung herstellen. Irgendwie so... Ja, das mach ich gleich mal. Äh, Kohle haben wir doch da hinten. Das ist mir doch völlig klar. Ja. So, auf den Ofen bin ich ein bisschen stolz, ne. So ist der aus. Da ist die Klappe offen hier oben. Alles aus. Bisschen dreidimensionaler Effekt, ne. Und... Ja. Hier ist dann die Klappe zu. Schön, schön. Na, ich hatte doch eben noch mehr Steaks, oder nicht? Ne, das war jetzt schon alles so zusammengesammelt. Gut. Oh, Silber brauche ich aber jetzt nicht die ganze Zeit mit mir rumtragen. Äh, ich spiele natürlich auf Hard, wie immer. Ne. Also sind ja jetzt bestimmt auch viele neue Zuschauer, die jetzt mal dazu kommen. Ich mach das schon etwas länger hier. Oh, haben schon einen langen, 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 einen langen Weg hinter uns. Und bis wir jetzt hier angekommen sind, auf der Vollversion 1.1. Ich hatte noch was vor. Und zwar... Kann ich das eigentlich so? Ja, oder? Ne, 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 ne. Dafür brauche ich meine Werkbank. Oh, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Jetzt höre ich euch schon wieder lachen und schreien. Wenn ich gleich wieder nichts... Wenn ich's wieder gleich nicht schaffe. Obwohl, doch, doch, doch. Ich glaube, ich krieg it hin. Ich krieg it hin. Ja, die Hose hab ich schon. Warte mal, dann ist das nämlich hier die Mütze. Die ist so... Ja, Himmelherrschaftszeiten. Wie war denn jetzt nochmal andersrum, ne? Ja! Der Wanst. Mann. Es ist auch immer wirklich... Jetzt zieh ich das an, das Zeug. Das ist gar keine schlechte Idee, das jetzt anzuziehen, weil... Oh, es ist schon... Ja, hab ich schon wieder so lange gequasselt, oder was? Och, du meine Güte, ist ja schon wieder dunkel. Naja, gut, ähm... Ich bereite mich noch ein bisschen vor. Essen hab ich dabei. Das komische, fiese Zeug. Wo war das Essen jetzt da? Genau. Lass ich mal hier... Ein bisschen Fisch nehm ich mir mit. Dann lass ich hier noch ein paar Ressourcen in der Kiste. Mh... 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 Da seht ihr mal, ich war... Ich war fleißig in der Mine zugange, ne? Und hab mir ordentlich da unten... Ne? Das ganze Holz abgehackt. Das Boot möchte ich mitnehmen. Ich hab doch letztens mal irgendwo so eine schöne Insel entdeckt. Und denk mir jetzt einfach mal... Das wäre doch nett. Wenn man da mal so einen kleinen Ausflug hin macht. So einen kleinen Trip. Um zu sehen, wie schön es da ist. Oder wie hässlich. Wenn wir Pech haben, ist das da so eine Insel des Kahlen. Obwohl, die sah sehr schön aus. Aber ich bin immer noch sehr interessiert. Ich weiß, jetzt schreien wieder ganz viele von euch, die das Land schon entdeckt haben hier. Nach dem CETA schon alles erkundet haben hier. Und die jetzt dauernd irgendwie mir was verraten. Das da ist, das und das. Und bitte tut das nicht. Sondern nur, wenn ich danach frage. Wenn ich zum Beispiel irgendwie was dringend brauche. Dann könnt ihr natürlich total mithelfen. Mir irgendwelche Koordinaten geben. Ansonsten, ja... Ich kann euch ja nicht daran hindern, aber... Ähm... Wenn ihr mir irgendwas verratet, ne? Aber ich, äh... Interessiere mich da gar nicht so sehr für. Wenn ihr was Schönes baut und so... Okay, dann Fotos schicken. Kein Problem. Aber, äh... Mir immer verraten, wo irgendwelche interessanten Dinge sind. Das ist... Uninteressant. Relativ. Ne? Nach einem Schwert sollte ich... Ich will das ja selber entdecken. Und dann auch filmen. Und dann ist das ja alles viel lustiger. Äh... Werkbank. So. Noch ein Schwert. Hab ich noch eine Schaufel dabei. Eine Schaufel sollte ich auch mitnehmen, wenn ich auf Expedition gehe. Jetzt nicht so viel, äh... Einstecken, klar. Auch hier so Ressourcen könnte ich eigentlich auch hier lassen jetzt. Auch das sollte ich hier lassen. Vor allem auf das kostbare Glas. Denn es ist ja außen immer gefährlich. Ne? Wenn ich da draußen rumrennen... Dann kannst du ja schnell... ...mal gefressen werden. Ähm... Ich sprach von einer Schaufel. Da ist sie doch auch. Eine Schaufel ist immer was... Immer hat immer ihren Wissen wert. Da hab ich immer noch Stufen dabei. Jetzt räume ich das doch mal endlich aus. So, jetzt lege ich mich schlafen. Dann wird das mal ordentlich gefrühstückt. Und dann renne ich mir mal weg. Und dann gucke ich mal, ob ich irgendwie das Wasser erreiche. Ham, ham, ham. Da kann man auf dem Weg hier auch nochmal irgendwo ein bisschen schauen. Ich hab im Moment jetzt nicht so die Übersicht, was ich euch schon in den letzten Folgen alles gezeigt hab. Da hinten das Goldene... Die Goldene Saat hier. Ja, ei, ei, ei. Oh, ein riesen Baum da. Hallo? Ja, nicht schlecht. Ja, Holz brauchen wir eigentlich auch dann unterwegs gar nicht sammeln. Ich hab jetzt, glaub ich, ne Axt dabei. Ist völlig überflüssig. Aber vielleicht brauchen wir mal auf, äh... Auf die Schnelle mal eben was. So. Ja, da renne ich jetzt mal nicht rein, ne? Weil ich ja noch ein bisschen zum Ufer wollte. Das kann ich euch immer noch dann zeigen. Ja, das auch mitnehmen hier. Mitnehmen, Pfeile. Oh, und ich hab, glaub ich, auch einen Scrap-Dungeon da unten. Das schreit hier sozusagen nach einer Monsterfalle, ne? Guck mal, hier kommen auch plötzlich irgendwelche Treppen raus aus dem Boden. Jetzt weiß ich auch mal, wo die rauskommt. Die hab ich mir nicht gebuddelt. Und dann stand ich hier und hab gedacht, ja, wo bist du denn jetzt, ne? Ah, ja. Da ist also unser Haus. Ja, das kommt auch hin. Ja, da können wir jetzt mal eben reinschauen, ne? Das ist nichts Besonderes. Da hab ich hier so weiter gebuddelt. Aus unserer Haupthöhle, da hinten. Dahinten aus der Haupthöhle. Die hab ich noch ein bisschen befestigt. Und dann bin ich hier weitergelaufen. Hab ich alles schön begradigt. Das muss natürlich noch ein bisschen schöner gemacht werden hier, ne? Da haben wir auch dann demnächst noch was zu tun. Mach ich mir direkt mal wieder eine geistige Notiz. Ja, und dann geht's hier runter in die Schlucht, die ich dann auch zu irgendwas ausbauen werde. Irgendein... Ja, ich hab da schon... Ich hab da so schon so eine Idee. Hey. Gut. Nun, das war jetzt dieser Weg hier. Nichts Besonderes. Ist halt so ein Seitenausgang hier in die Natur. Da kann man sich natürlich überlegen, ob man hier nicht einfach... Hallo Wölfe. Nein, ich will keinen Hund. Nein. Ich verkrafte das dann nie. Wenn die draufgehen. So. Lauf ich noch in die richtige Richtung? Ich hab jetzt nicht aufgepasst. Ich hab noch so über die Wölfe nachgedacht. 1,8 und hier... Zweiter Wolf, ne? So. Ja, aber das sind meine originalen Rosensträucher in dem neuen Texterpack. Die sind noch nicht fertig, ne? Die sind... Hab ich noch nicht. Die möchte ich gerne schön reproduzieren. Dass man hier noch erkennt, das ist ja praktisch so eine Art Markenzeichen von Minenarbeit. Was hab ich denn hier? Hab ich hier etwa Eis? Hier hab ich Eis auf dem... Och. Kann das sein? Da war vorher kein Eis. Da war noch nie Eis. Ich bin hier schon öfters mal lang gelaufen. Ich bin doch da erst in der letzten Folge hier lang gelaufen. Wo kommt denn das Eis her? Ja gut, das könnte jetzt alles sein, dass ich... Ich hab da jetzt nicht so viel mitbekommen, ne? So, und da hinten auf die Insel wollte ich. Kann ja alles sein. Ach, Boot hab ich noch nicht fertig. Ach ja, ist gut zu wissen. Dann halt ich jetzt hier einfach mal. Uah! Pff, pff, pff! Sehr, sehr perfekt wieder ausgestiegen. Na, zurück werden wir wohl schwimmen müssen. Oh, schön ist es hier aber auch. Noch mehr Kühe. Was ist denn das da? Ah, das ist wieder das typisch. Das war ein Schaf. Äh, aber wenn Wölfe in der Nähe sind, dann fallen die schon mal ganz gerne über Schafe her. Bleib mal an der Küste. Wo ist denn die Küste? Da vorne? Renne ich mal an der Küste lang, ne? Da sehen wir mal, ob das hier ne... ...insel ist oder nicht. Klein Mallorca. Das ist mein Pinienholz. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Das sieht auch wirklich mal aus wie Redwood. So. Ah, das ist glaube ich auch ne Insel. Das ist glaube ich auch ne Insel. Das sieht so verdammt nach ner Insel aus. Das ist echt ein merkwürdiger Seed, ne? Ich glaube da gibt es überhaupt keine größere Zusammenhänge. Landmastet, das sind alles Inseln. Mal ein bisschen größer, mal kleiner. Ja, aber absolut. Ist schon wieder vorbei hier. Kleiner Strand noch hier. Sieht man denn hier nochmal irgendwas? Ich warte mal ein wenig ab. Bis sich das hier so alles aufbaut. Spektakulär. Ozean, 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 ja. Hehehe. Unfassbar. Ja, jeder der sich für Seeds interessiert, der eine Welt sucht, mit vielen Inseln drauf, die sind ja auch alle hier noch relativ groß. Da kann man ja was mit anfangen, ne? Hier geht's... Oje, 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 oje. Oh, hallo. Schubst mich hier jemand? Ist das eine Schlucht oder ist das nur ein Loch? Ist eine Schlucht, ne? Ja, ich glaube in Folge 21 erzähle ich diesen... Sag ich diesen Seed oder war das 20? Ich weiß es nicht mehr genau. Das steht aber auch in dem Titel drin oder in dem Text von dem Video. Da könnt ihr den Seed rausnehmen. Das ist so eine Nummer. Und, ähm... Leider kein schöner, schmerzfreier, kurzer Begriff, den man sich gut merken kann. Aber hier habt ihr gigantische Ozeane. Und... Eben sehr schöne Inseln, offenbar, ne? Ja, ist auch nicht uninteressant hier. Ich denke aber mal, ich... Ja, da geht es noch ein bisschen weiter. Das ist so eine Landzunge, ne? Sieht schön aus. Bestimmt auch von oben. Also, äh... Auch traumhaft, ne? Also, man muss auch nicht dann da bleiben, wo ich jetzt gerade baue, sondern man kann hier auch mal ein bisschen weiterfahren. Weiter reisen und, äh... Sich hier niederlassen. Gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Ein bisschen kleiner als meine Insel. Die da vorne schon zu sehen ist. Ich renne jetzt auch wieder zurück. Und dann gucken wir in der nächsten Folge mal einfach mal, dass wir dann auch wieder was bauen. Vielleicht gehe ich erstmal wieder unter Tage. Zeige ich euch das, was ich schon... Äh... In meinem... In meinem Höhlensystem so gemacht habe. Und, ähm... Hoppla. Jetzt heißt es schwimmen. Weil ich immer noch zu blöd bin, vernünftig aus Booten auszusteigen. Das werde ich auch nie wieder... Nie mehr lernen. Das ist völlig ausgeschlossen. Ich gebe die Hoffnung auf. Ja, und dann gucken wir in der nächsten Folge einfach mal nach, äh... Was... Was mir da so einfällt. Da gibt es bestimmt einiges zu buddeln. So, jetzt eigentlich nur geradeaus, ne? Diese Richtung müsste stimmen. Sage ich geradeaus und renne doch irgendwie immer zur Seite, ne? Ja, das ist auch so ein Ding mit mir. Schön, da sind wir langsam wieder. Hier mal runterspringen. Ganz hervorragend. Hopp, hopp, hopp. Na, jetzt müssen wir aber langsam mal unser Haus sehen. Da hinten, da lauert es doch schon. Guckt doch schon so ein bisschen. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, Heimat wieder erreicht. Das war ja ein guter Tagesausflug. Das war ja perfekt, so vom Timing her. Die Schafe sind wieder komplett. Also wir können jetzt auch mal ein bisschen was mit Wolle anfangen. Das finde ich sehr gut. Oh, das einsame Huhn. Das bräuchte vielleicht auch mal ein bisschen Gesellschaft. Plopp. Eier nehmen wir mal mit. Einen Kuchen backe ich nicht, weil der sieht in dem Textaback noch, äh... also richtig grässlich aus, ne? Noch schlimmer als der ganze Rest. Gut, nächste Folge dann. Geht's weiter? Womit weiß ich noch nicht. Aber das werden wir dann sehen. Also bis dann. Ciao.